Hey, what up party people? Willkommen zurück zu The Evil. Wir sind mit, wie heißen wir nochmal? Sebastian und ihm. O'Neill. Der mich ganz, weißt du, ist das O'Neill? Ich weiß es gerade nicht mehr. Wie heißt du? Hey, talk to him. Haben wir das nicht alles schon abgezählt? Genau. O'Neill. Alles klar. Habe ich O'Neill gesagt? Cool. Oh. Cool. Ah, okay. Aber das hatten wir doch alles schon, oder? Ne, ich habe nicht alles durchgeklickt. Oh, okay. Dann sag mir mal eben. Quatsch ich nochmal an und frag mir mal, wo Vorräte kennt. Okay. Okay, cool. Oh, ich habe ganz vergessen, wie nice die Grafik war. Weil es ja auch schon so lange her ist. Weil es ja auch schon so lange her ist. Oh, Leute. Prostosack. Ha? Was? Ach so, Prostosack. Ich habe Prostosack gesagt. Hm. Wow, ich habe Prostosack. Hm. Wann sind wir hier angekommen? Vor zwei Stunden ungefähr? Okay. Maybe. Ja. Shit, ich habe das Signal auf deine Kommunikator. Folle es oder nicht. Ich bin mir egal. Okay. Ah, hast du mir zugehört? Ja, ja. Ah, cool, ich nicht. Ähm. Eigentlich wollten wir auch vor der Session nochmal die letzte Aufnahme gucken, was da los war. Ja, too late now. Alles klar, also... Guck mal, da liegt irgendwas, was leuchtet. Ich glaube, das kannst du aufheben. Could be a gun. Can you touch... Wait a second. Erstmal wieder, äh... Ich habe doch jetzt... Ah ja, hier, die Nebenmission. Abtrünnigen. Untersuche die Mobius-Resonanz. Kann ich das da... Oh. Kannst du... Oh, das wollte ich nicht. Kann ich den Marker wieder wegmachen? Wegpunkt setzen. Okay, also... Oh Gott. Dahin. Wir gehen dann dahin. Und was ist da drunter? Das Dreieck? Warte, warte. Äh, äh, äh. Es ist nicht mit dich. Mogis. Da, zu dem Transporter sollst du ja auch. Aber was ist das? Die Abtrünnigen. Die Abtrünnigen. Das ist eine Nebenquist. Resonanz, das ist das. Ah, das muss ich da machen. Aber wir müssen ja auch zu dem Truck. Ja, ich gehe erstmal zum Truck und hole mir meine Sachen. Und was ist das? Waffenteile. Waffenteile. Verschiedene nützliche Komponenten, mit denen du eine Bergbank... Okay. Haben wir hier so eine Bergbank? Oh ja. Sieht aus wie die von, äh... Ja. Kannst du Munition im Gegenteil aus verschiedenen Komponenten herstellen. Cool. Zeig mal. Cool. Ich glaube, wir haben kaum was. Ja, klar. Aber ich will nur schauen. Was macht der da? There we go. Herstellung. Oh, kannst du gucken, ob du was hast. Kann wir dann so herstellen. Pistolenmonie. Oh, wir haben zweimal Schießpulver. Also... Ja. Damit können wir... Können wir 20 Mal Heilung brauchen wir... Kann man das herstellen oder ist es rot, weil ich nicht genug davon habe? Mh... Mach mal auswählen. Hier fehlen die Folgen. Achso, ich brauche dreimal Kraut. Okay. Ah, okay. Ich habe null. Davon habe ich zehnmal. Ach, ich habe zehnmal. Ich brauche zweimal. Dann können wir... Huch. Oh Gott. Aber es war volle Ladung. Wie viel Munition macht der mir denn? Wenn ich jetzt zweimal... Kriege ich dann nur zwei Schuss? Ich mache mal zwei. Ich glaube, du kriegst zwar... Nur zwei Schuss? Zwei Schuss? Ei, ei, ei. Also ein Schießpulver, eine Kugel. Ui, ei, ei. Dann machen wir voll. Ja. We need that shit. Ich kann noch drei. Okay. Okay, jetzt haben wir nichts mehr. Ei, ei, ei. Wow, fünf Kugeln. Fünf Schuss. Ne, zwei Pulver, ein Schuss. So. Ah, ja. Ich habe gerade anders gesagt. Ach du Scheiße. Das wäre ja... Eine Verbesserung. Auf jeden Fall besser. Feuerkraft. Ah, erhöht den Schaden aller Waffen. Erhöht die Feuergeschwindigkeit. Magazin... Ja gut, bringt mir gerade nicht, wenn ich nicht die Muni dafür habe. Ja. Die Nachladezeit. Oh, Nachlade. Eigentlich ist mein Feuerrad das erste, was ich mache. Ich habe zehn Waffenteile. Okay, können wir da... Bauche... 100, dafür brauche ich 90. Ach du Scheiße. Okay. Yeah. Gonna be fun. Warte mal, vielleicht geht... Aber okay, komm, wie lange haben wir jetzt gespielt? Ja, nicht lange. Dafür brauche ich 20, dafür brauche ich 20, dafür brauche ich 30, okay. Okay. Also Buch... Oh? Wäre das Improvisieren sowohl im Arsenal-Menü als auch im Gegenstander ohne Werkbank herzustellen. Cool. Du brauchst mehr Ressourcen als Hersteller ohne Werkbank. Du kannst Waffen nicht verbessern. Okay. Also wahrscheinlich, wenn du einfach unterwegs bist und dann bist du so, oh shit, ich muss mir schnell... Wow, Schießpulver liegt gleich hier neben. Ah ja, wahrscheinlich, dass du... Oh Moni, yeah. Yeah, wie viel Schießholer hast du bekommen? Ich habe es nicht gesehen. Fünf glaube ich. Kaffeemaschinen, wenn du... Äh, hatte ich schon. Ja, das haben wir ja schon getrunken. Ich habe schon Kaffee getrunken. Ich möchte noch einen Kaffee trinken. Achso Kaffee. Aber in-game mag ich ihn. Glaub ich. Äh, was macht der nochmal? Ja, weiß ich nicht mehr. Energie herstellen wieder? Ja. Glaub ich. Ja. Sweet, no way. Ach genau, deswegen wollte ich beim letzten Mal noch eine trinken, aber da wollte er nicht. Das ist so gut. Ja, guck, da wollte er nicht. Ja. Okay, was haben wir noch? Äh, da liegt... Ich glaube, da ist ein... Speichel... Ah! Ja, okay, ist automatisch gespeichert. Brauche ich jetzt nicht. Okay. Das ist nur noch Bullshit hier. Ich kann ihm in den Arsch treten. Do it. Do it, I wanna see. Ah, noch mehr Waffenteile. 25 habe ich jetzt. Ah, aber da kannst du eine Sache aufbessern. Mach ich aber nicht. Ich will erstmal Feuerrate. Das ist immer das erste, was... Achso, mehr Schaden. War Feuerrate nicht 20? Äh, nicht Feuerrate. Ich meinte Feuer... Wie auch immer das heißt. Also mehr Schaden. War 90. 90? Oh Gott. Okay, das war so. Geh nach draußen und benutze den Kommunikator, um die Stimme des Mädchens aufzuspüren. Das Mädchens aufzuspüren. Hab ich mich hier schon umgeguckt? Ah ja, von da kommen wir doch. Ja, aber ich habe mich hier nicht umgeguckt, weil ich jetzt sofort mit dem Typ zu dem Typen gegangen bin, glaube ich. Stimmt. Oh, da liegt was. Schießpulver. Shit. Shit. Sweet. Shit. Mann, es ist ungewohnt, ey. Controller sind nicht so empfindlich wie Mäuse. PC ist besser. Kann ich hier wieder raus? Ohhhh. Nein, kann ich nicht. Okay. What? Wenn du mich fragen würdest, ob ich lieber Konsole oder PC habe? Naja, PC. PC, obvious. Ja, aber du bist ja auch... Ich meine, was hast du schon großartig für Konsolen? GTA? Skyrim? Konsolen. Also, was für Konsolen du hast? Nicht was für Spiele du für Konsolen hast. Naja, Playstation und Xbox, aber halt 3 und 360. Naja, also... Nicht die neuen, weil... Ja, guck mal uns bitte an mit unserem Arsenal. What? Ah, durch den Spiegel muss ich... Ah, okay. Meine Mama. Ähm, ich will jetzt aber erstmal raus, um hier zum Transporter zu gehen. Leider Mom hat sich aber verändert. Ich weiß. Sie hat mir auch nicht erzählt, dass sie hier mitmacht. Oh. Geh nach draußen und benutze den Kommunikator. Das habe ich gerade ihm auch schon vorgelegt. Huch. Was war das? Ach, dein Messer, wa? Ich wollte schleichen. Äh, das schnapp ich wieder aus. Dude, Alter, mir ist das schon... Was war das? I have no fucking idea. Ach so. Alter! Jesus, das geht, du steht auf mich. I don't even know why. Was? Wenn sich der Kommunikator innerhalb von Skynrecht weiter anders, was an anderem Dings... Okay. 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 Oh. Oh. Was noch, so fast er der Resonanz kommt ja schon auf der Karte. Stop crying. Das sind die, die sich von der Gruppe gelöst haben, oder was? Genau, und die töte ich dann im Moment irgendwie links. Auch nicht schlecht. Ja, genau, da gehe ich gleich hin. Also, wenn man mich fragen würde, ob ich lieber PC oder Konsole, dann würde ich natürlich Konsole sagen. Okay, weil das Mädchen abtrünnige, okay, dann kann das jetzt wieder weg. So. Weil ich. Ja, du bist Konsole, ja. Ja. What the f- Stop it! Ich bin ja mit Konsole aufgewachsen. Nein, nein, nein. Nein, was ist jetzt los? Okay. There is a hole. Damit kann ich leben, wenn ich zum Konsporter komme. Ich wette, der hätte es da lang gemusst. Hätte ich nicht. Muss in ja eine Richtung. Aber das Haus hatte O'Neal nochmal richtig Glück, wa? Es vibriert noch. Da stand irgendwas mit halten. Ja, für überspringen. Also, but we don't wanna skip that shit, right? Oh, 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 was siehst du da? Was? Girl, boy, what you see? Oh, zum Fick. Das ist dann noch ein Signal. What the f- Oh, man, fuck James. I know. Da, da. Du bist einfach nur ein Toter. Kannst du erfassen? Hm. Das ist James? Ja. Nee. Nee, ich glaube, du kannst das nicht erfassen. Nur da. Ja, aber du kannst es nicht erfassen. Na, dann weg. Tschüss. So. Gut. Äh. Siehst du gegeneinander? Ich sehe keine. Ja. Oh, was war das? Oh, Untersuch unter unten liegt was. Oh, 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 oh. Ah, ja, da. Ich glaube, das Einzige, also abgesehen von Iron und so und League of Legends und den ganzen Shit, ich glaube, habe ich nur ... Schießpuppe. Hier, Stranger, nicht Stranger Things, Life is Strange auf meinem PC gespielt. Obwohl, ich hatte mal auch Fahren halt angefangen. Hallo. Aber selbst für Life is Strange habe ich mir einen Controller gekauft. Ich habe lieber einen Controller in der Hand als Maus und Tastatur. Hallo. Ich finde das irgendwie beruhigender. Bitte jemand? Bitte nicht. Also, wenn hier jemand ist, bitte nicht antworten. Und bitte versteckt bleiben. Just ignore me. Ah, das ist krass. Kannst du das anleuchten? Ja. Kannst du das anleuchten? Eigentlich würde ich fragen, ob du das nehmen kannst, weil es so beleuchtet hat. Oh, Postkarten. Sind alle gleich. Sind alles die gleichen. Wow. Wow. Nee, doch nicht. Okay, never mind. Ist so arg. Ich kaufe nur Karten, wo Kätzchen drauf sind. Oder Serum. Oh, Serum. Oh mein Gott, ich bin ... Als ich gestern zu Säge gegangen bin, ich verpflege momentan den Kater meines besten Freundes, ist, weil der ... Ah, okay, macht das so. Willkommen in Union. Broschüre. Union ist die perfekte Mischung aus Kleinstadt-Charme und modernem Komfort, umgeben von zahlreichen Naturwundern. Kommen Sie und erleben Sie einfachere Zeiten, wo Sie wieder mit einem warmherzigen und freundlichen Lächeln Ihrer Mitbürger empfangen werden. Mitbürger. Lassen Sie das hektische Treiben hinter sich und kommen Sie an einen Ort, oder der Sie mit offenen Armen empfängt. Union. Schön, dass Sie hier sind. Ist klar. Ich kümmere mich momentan um den Kater meines besten Freundes, weil der im Urlaub ist. Und als ich gestern zu Säge gegangen bin, bin ich an so einem Laden bei mir vorbei. Nix. Da sind ... Die haben das voll süß geschmückt. Das sind so kleine Serum im Schaufenst. Oh Gott. Für die Klauen. Sofort. Girl. Entschuldigung, darf ich mal ganz kurz an die Schaufenster einfach rum? Nur so? Nur so. Na, ich sammle ... Hier, äh ... Postkarten von Schildkröten. Ja, eine. Nicht nur Postkarten. Kann ich Müll durchsuchen? Oder liegt was? Was sollen das heißen? Nicht nur ... Yay. Postkarten. Was haben ich denn noch von Schildkröten? Kann ich das als Bau ... Ah, Komponent. Gut, das wollen wir gerade ... Richtig. Na, alles? Naja. Warte mal. Äh. Nee. Ich dachte, ich könnte mit dem Ding ... Alles, was ich so von Schildkröten habe, fast alles, was ich so von Schildkröten habe, habe ich geschenkt gekriegt. Das klingt nicht gut. Ja, das Gegner ... Woa! Deswegen war ich gerade so ... Moment, es gibt ja auch noch Gegner. Allah? Dude, Alter, wo ich ja jetzt Horizon angefangen habe, hatte ich am Anfang richtig Angst vor den Viechern. Ohne Witz, weil ich war ... Ich habe permanent den Fokus angemacht, also dieses Ding, was halt alles scannt. Und ich immer so, oh shit, oh shit. Hier ist bestimmt irgendwas ... Das ist genau wie in Fallout, Leute. Wenn, wenn die eine Fallout spielt ... Oh Gott. Oh Gott. Das erste ... Ja. Das erste, was sie macht, egal wo sie ist, ist ... Wie heißt das nochmal? Watz. Watz, ja. Watz anmachen. Zu gucken, ob irgendwelche scheiß Gegner in der Nähe sind. Obwohl, nee, das mache ich nicht mehr so oft. Weil irgendwann ... Nein, nicht weggehen. Komm her. Weil, das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr so eine Angst vor der Umgebung habe. Oh geil, ich habe das gut in der Fresse. Und auch bei ... Bei Horizon hat sich das jetzt auch wiedergelegt. Ein bisschen. Okay. Glibber den ... Ja, den Glibber auf. Gib mir dein Glibber. Grünes Gel. Glibber. Ich bin dafür, dass wir es grünes Glibber nennen. Okay. Oder einfach nur Glibber. Grünes Glibber dauert so lange. Gib mir dein Glibber. Glibber! Klettern. Mutig. Gegner? Gegner? Ich glaube, die ... Äh, händlich. Oh, da läuft ... Ich glaube, war da links? Liegt da was? Ja, da sind welche. Drei. Go? Ja, fuck, wenn du dich gehst. Oh, kletter mal da hoch. Ja, hatte ich vor. Sweet. Fuck them. Außer, die stehen jetzt auch hier oben aufs Web. Ey, dude, ich bin so froh, dass Walking Dead nicht mehr läuft, ne? Okay. Naja, weil wir uns immer dazu gezwungen haben, das jeden ... Jeden Montag zu gucken. Und oh mein Gott, willst du ... Och, nee, ich kann nicht spoilern. Nee, bitte nicht. Ich guck's vielleicht noch mal. Ja, ja, auch ... Auch, äh ... Wär ja auch voll den Zuschauern gegenüber assi. Hey, wusste dir übrigens ... Rik stirbt. Komm, so nach dem. Ach so. Ach so. Uff, das ist aber anstrengend. Wo denn? Was denn? Wie denn? Das war dein Ding, dieses ... Aber wie halte ich das denn? Huch? Keine Ahnung, du hast es doch vorhin auch ausgepackt. Na, ich hab's jetzt in der Hand. Nee. Warte mal. Pieck? Hab ich doch. Au, aus dem ... In diesem Kreuz vielleicht auswählen? Was für ein Kreuz? Naja, wo du die Sachen ablegst. Nee, da ist nix. Nee. Hä? I don't know. Fuck it. Schon wieder? Ups. Oh, girl. Oh, girl. Oh, girl. What is that? Ich steh hinter denen, die sehen mich nicht. Oh. Oh. Oh mein Gott. Ich glaube, die haben ... Are you sure ... Sind das nicht nur Schatten? Girl, sind das nicht einfach nur Sch ... Irgendwelche ... I don't know ... Can you attack them? Pssst. Ähm, wo war die Flasche? Da. Girl, da hinten ist so ein ... Ja, aber die reagieren hier nicht. Ja, ich glaube, das sind nur Schatten. Äh. Komm und die Karte ausrüsten. Ah, okay. So ist das so ein Schatten. Straight richtig Schiss gekriegt. Alter, Alter. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Bitch. Look a bitch. Warum werden Leute eigentlich Mimose genannt? Ist Mimose nicht eine Pflanze? Fällt mir gerade so. Mimose. Ach so, Mimose. Da sind ganz viele von diesen Viechern. Where did they go? What's happening with it? No. Hä? Oh, kannst du die Map größer machen? What? Also rauszoom? Oh. Oh, guck mal, du kannst zoomen. Oh, Gott. Resonanz. Spür die. Umsprung der Stimme des Mädchens. Okay, das ist Mimose. Ja, aber ich will ... Da ist der Unter. Das da. Da sind wir doch. Ja, aber wo hat er gerade die anderen aufgewurbelt? Hier war ein Sound. Der andere war hier, glaube ich. Was ist das? Sicher? Dass der Unter schlupft. Schlupft, schlupft, schlupft. Ja, weil in dem bin ich hier gerade. Und das ... Kannst du mal raus ... Ja, genau. Ah, jetzt da. Okay. Untersuche beide ... Das ist ein größeres Ding. Gehe ich zum Kleinen oder gehe ich zum ... Ja, mach mal erstmal den Kleinen. Okay. Markiere die mal da und den anderen auch. Kann ich nicht. Ich kann nur einmal markieren. Ach so. Dann gehe ich erstmal dahin. Okay, du musst echt aufpassen, weil ich glaube, du musst auch an diesen Fischern vorbei. Ja, ist ja kein Problem. Guck mal, da ist noch Müll. Äh, Müll ist noch ... Müll. Müll. Was denn jetzt? Wo? Soll denn das? Hier hinten hat es ausgeschlagen, ja. Warum kannst du das nicht öffnen? Ach so, weil du die Flasche in der Hand hast. Ja, aber ich ... Oh, mit Dreieck. Oh Gott, was macht der eigentlich ... Mobius-Transporter wurde protokolliert. Oder? Also da ist der Transporter. Und da ist die Mädchenstimme. Okay, also ... Girl, why are you so mean? Aber können wir den erfassen? Den habe ich doch gerade. Okay. Da hinten. Ah, okay, super. Zeigt der mir auf der Karte an, welche ... Das ist da. Ja, in die Richtung guckst du doch auch gerade. Ach so, dann gehe ich ja da erstmal hin. Oh, girl. Oh, girl. Geh mal außen rum. Warte, ich will mal gucken, ob ich hier rein kann. Ja, aber ... Ich glaube, da ist nichts drin, oder? Lass mich jetzt mal gucken. Nein. One Georgia Bookbirds cover. Das ist doch nur ein fucking Transporter. Oh, girl. Du hast gesagt, ich soll außen rum? Nein, rechts außen rum. Nicht links außen rum. Da, am Gitter vorbei. Oh, da ist auch einer. Aber an den kannst du dich vielleicht vorbeisneaken. Den kann ich einfach ... Vielleicht kann ich den da runterkicken. Hier ist doch das Loch entstanden, oder? Ah, never mind. He's leaving. Hi. Komm her. Hi. Hi, Zoe. Hi, Zoe. Hi, büms des Baszen. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alles gut. Ich glaube, da war gerade so ein Auge. Hi, die hat ein Gesicht auf dem Rücken. Hi, was? Wirklich? Ja. Da war gerade übrigens so ein Auge. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Sichtbarkeit. Oh Gott. Stich. Jess. Sneak doch einfach vorbei. Da ist kein ... Nein, ich will aber dann ... Da sind aber zwei, ne? Ich will da einen Scheiß-Gel haben. Da sind aber zwei. Ja, aber der guckt mich ja nicht an. Da ist noch einer. Oh Gott. Die da hinten sind mega. Die sind mit dem Auto beschäftigt. Ich will den hier. Ich will den hier. Ich will den ... Gib mir deinen Glibber, Mann. Gib mir deinen Glibber. Gib mir deinen Glibber. Boom. Gib mir deinen Glibber. Ich sehe dein Gesicht. Achso, sie hat ja wahrscheinlich eine Musik. Ja. Warum sind die denn alle so weird? Guck mal, was für ein Tanz hier aus ihr wie ausfällt. Gib mir deinen Glibber. Boom. Gib mir deinen Glibber. Gib mir deinen Glibber. Ich wundere, dass die andere nichts davon ... Ähm, bekommt es ihre Kamera ... Guck mal, da sitzt jemand im Auto. Wo? In dem rechten. Da. Cool. Guck mal, sie rennt einfach. Hey. Hey, geht's dir gut? Was? Wasser leitet Strom. Und jetzt hättest du einfach mit dem Taser? Oder hast du was? Ich glaube, da ist irgendwo eine ... Nee. Auch eine Leite? Da hat er was gerade gediest. Kannst du das Ding umschütten? Umschmeißen? Ey, wenn du ... Ja. Wow. Nee. Nee. Hä? 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 Lauf mal nicht. Okay. Passiert ja nichts. Ist ja noch nicht ... Nein. Komisch. Klettern. Klettern. Nee. Ich will aufmachen. Ich glaube, du kannst nur auf das Auto klettern. Hui. Was hat der denn da vorne drin? Keine Ahnung. Okay, sie klettert aufs Auto. Und jetzt? Ach, da vorne vielleicht das Auto. Hä? Oh, du siehst nicht mehr gesund aus. Ich glaube, es ist jeder. Hui. Oh, was ist das? Sachen. Uuuuuh. Daryl. Was Daryl? Cool. Ja, gib ... Oh, voll fancy. Hüterarmbrust. Wiedersehen macht Freude. Halten. Spannen. Loslassen. Schießen. Die meisten ... Bla, 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 bla. Wenn du einen Bolzen der Hüterarmbrust ... 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 Hüterarmbrust. ... ... ... ... ... ... ... ... Hüterarmbrust. ... 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 okay dann nicht aber da ist noch ein bolzen und in dem typen steckt auch noch irgendwas drin kaputt holzen ok und hier muss das noch eine noch eine punkte wo bolzen keine flasche ja und sie steht das herstellte oder hin wir müssen noch in die richtung da ist auch der lastwagen oder war das nicht der hier ob das ist das hier gewesen da kann man da rechts steht noch was ja ich bin bei dem muss ich da hoch da rechts auf der links steht noch was nein dann rechts rechts auf dieser kiste ach hier siehst du schießt so ich würde sagen wir du versteckst dich jetzt ja ich bin die mülltonne ja wir müssen uns erst mal so ein paar sachen angewöhnen sind ein paar sachen neu also nicht hier mit dass uns keiner anmeckert ja okay kommen das ist jetzt die vierte folge oder so und wir müssen auch erst mal die dritte siehst du vierte erste fünfte ist eigentlich schon die zwanzigste und wir haben auch keine ahnung wo sind die ganzen folgen dazwischen sie in den nächsten so wie so i don't like comment and subscribe and some bullshit you know